Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalimkas Küche. Heute möchte ich mit euch über den Rindenblumen oder Kalendula reden und werden wir auch eine Salme zubereiten. Und die Rindenblumen oder Kalendula genannt, das ist die Pflanze für unsere Haut. Ob das für unsere Wunde oder Narben oder riesige Haut. Im Winter, wenn es so kühle Tage kommen, dann bekommt man so eine riesige Haut auf die Hände. Es ist wunderbar, so zu verwenden. Aber das kann man nicht nur äußerlich anwenden, es kann man auch als Tee das einnehmen. Es ist genauso wie Tagetis oder Löwenzahn. Genau auch Rindenblumenblüten haben sehr viel Lutein und das ist gut für unsere Augen. Das kann man die schön einnehmen. Zum Beispiel vom Schlafen kann man eine Tee zubereiten, Rindenblumen verblüten und Pfefferminze zusammen einsetzen und trinken. Dann bekommt man eine ruhige Nacht. Jetzt möchte ich euch nur kurz zeigen, diese wunderbare, wie ein Gold, wie eine Sonne Salbe. Und wenn ihr das in die Gläschen rein macht, bitte wartet, bis das die Salbe richtig fest ist und dann nur den Deckel drauf machen, dass es nicht schwitzt und euch die Feuchtigkeit nicht in die Creme kommt, dann könnte passieren, dass es schimmelt und schön ankriegen. Duftet noch meine Arterische Öl. Sehr liebe Freunde. Und jetzt erstmal nehme ich euch in den Garten und pflücken wir. Erstmal genug Blüten und dann machen wir die Salbe zusammen. Heute möchte ich die Rindenblumen sammeln oder wie nennt man die noch mal Kalendula. Und schaut, wenn sagt man zwischen 6 und 7 Uhr die Blüte steht auf, dann wird ein schöner Tag. Wenn nach 7 Uhr die Blüte ist immer noch zu, dann kann es regnen. Die werde ich jetzt pflücken und lassen wieder ein bisschen anwelken. Gibt es so ganz helle, aber gibt es auch die, schön dunkle, muss ich jetzt durch das ganze Gewuchern durch und pflücken. Nach dem Pflücken sollen wir die Blätter oder anwelken lassen, richtig gut anwelken lassen, dass in die Blüte nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist, dass unsere Salbe dann nicht schimmelt. Oder lässt man sogar richtig trocken. Meine sind schon fast trocken, aber die sind noch wichsam. Und die werde ich jetzt einfach so abzupfen, weil wir brauchen nur diese Blütenblätter, nur dass diese gelben. In der Mitte nicht. Für eine Portion Salbe, diese 50 Milliliter oder 50 Gramm Dösschen, brauchen wir etwas mehr Öl als 50 Milliliter. Weil danach beim Absieben wird das bisschen Öl verloren, dass ihr dann volle Dösschen Salbe habt. Ich habe mir jetzt abgemessen 60 Gramm Öl auf die Waage. Ich nehme Traubenkirnöl. Kann man auch ein gutes Olivenöl nehmen. Dann werde ich jetzt die Blätter abzupfen und gleich hier rein machen. Ungefähr muss von den Blüten richtig schön eine gute Handvoll Blumen sein. Und dann abzupfen. So ich zupfe die jetzt ab und kann gleich jetzt in die Öl geben. Und wir werden einen heißen Auszug machen. Kann man natürlich auch kalt machen. Dann dauert etwas länger. Mit dem warmen Auszug etwas schneller. Und jetzt sind die fast trocken. Habe ich nicht zu viel Feuchtigkeit hier in die Blätter. Und das ist gut so. Die sind schon fast trocken. Die liegen bei mir schon über 30 Stunden hier auf dem Papier. Nicht auf der direkte Sonne liegen, aber es müsste ein bisschen so luftig sein. Was ihr dann nicht braucht, könnt ihr diese Blätter trocken lassen und als Tee nutzen. Und ich mag gerne in meiner Teemischung, was ich mache. Zum Beispiel mit Tagetes Blüten und dann kommen dir auch die Rindenblumenblätter. So schaut. So viel habe ich jetzt Blüten genommen. Es ist ungefähr so 15-16 Stück. Wenn die jetzt mit den Blättern wären, würden die richtigen eine Hand voll sein. Habe ich jetzt die Blätchen abgemacht. In Öl. Schön verrühren. So und jetzt stellen wir auf Wasserwand. Habe ich schon Wasser rein gemacht. Legen wir ein Bläppchen drunter und stellen wir unsere Gläschen rein. so viel Wasser, dass es Öl im Wasser ist. Und werden wir unsere Öl aufheizen. Die darf nicht kochen drinnen. Es sollte ungefähr 50-60 Grad nur sein. Aufwärmen und danach einfach 2-3 Stunden einfach ziehen lassen. Und danach werden wir dann alles absieben. So stellen wir es mal auf den Herd. Ich habe kein Glas Thermometer. Deswegen stecke ich einfach den Thermometer ins Wasser. Und wenn das Wasser ist so ungefähr 80-85, dann ist das mein Öl ungefähr so zwischen 50 und 60, 55 ungefähr. Weil ich hatte mal getestet, einfach Rapsöl in die Gläschen so aufgewärmt und habe verglichen, wie weit darf ich das aufhitzen. Dass ich noch meine wertvolle Wirkstoffe behalte. Und so habe ich mir dann ausgerechnet. So jetzt habe ich schon fast bis 90. Das werde jetzt mein Herd ausmachen. Stelle einfach an die Seite und lasse das ungefähr 2-3 Stunden abkühlen richtig im Wasser. Dann wird es etwas lehner das Öl warm und kann besser rausziehen alles aus den Blüten. Und dann sehen wir uns wieder. So liebe Freunde. Mit 2-3 Stunden ist es nicht getan. Ich habe Besuch bekommen und musste es alles wegstellen. Und jetzt stand es über Nacht im Kühlschrank, habe ich ihn gestellt, einfach zugemacht. Und die Blüten sozusagen weitergezogen. Es ist eine richtig schöne Farbe rausgezogen. Es ist wirklich nicht unbedingt nur 2-3 Stunden, aber mindestens 2-3 Stunden. So, dann machen wir es weiter. Werden wir es durchsieben. Werden wir jetzt unser Öl aufwärmen. Und dazu geben wir Bienenwachs. Und ich habe noch ein bisschen von den Shea Butter. Ich verwende so eine Shea Butter. Eventuell kann man statt Shea Butter Lanolin dazugeben. Wie einer meiner Zuschauerin mal geschrieben. Wenn man Lanolin dazu gibt, dann verbessert es die Heilbarkeit. Deswegen Lanolin oder die Shea Butter. So, jetzt nehmen wir unser Topf hier. Geben wieder ein Lappen. Stellen wir unser Gefäß mit dem Öl ins Wasser. Und lassen wir es aufwärmen. Dann können wir schon auch gleich den Wachs und auch die Shea Butter dazugeben. Und lassen wir es schmelzen. So lassen wir es richtig den Bienenwachs und Shea Butter auflösen. Und so können wir jetzt den Herd schon ausmachen. Hier heißt das Wasser reicht das schon. Alles schön aufgelöst. Können wir jetzt unsere Geläschen rausnehmen und ganz bisschen abkühlen lassen. Bevor wir Arterische Öle und Vitamin E dazugeben. Weil dann bringt es nicht, wenn man ein heißes Öl rein macht. Dann alles ist verdünstend. So, nach einer Minute können wir schon die restlichen Zutaten dazugeben. Ich hätte jetzt zum Beispiel für diese 50ml Öl 5 Tropfen Lavendel gegeben. Aber weil ich heute möchte noch 2 Tropfen Propolis Tinktur dazugeben. Nehme ich nur 3 Tropfen von Lavendel. Und 3 Tropfen von Vitamin E. So, gut verrühren. Und jetzt füllen wir dieses Öl in so eine saubere Gläschen. Und die müssen unbedingt trocken sein. Auf keinen Fall, dass ihr das heiß abgewaschen und da sind noch die Wassertropfen. Füllen wir da rein. Ist noch ein bisschen übrig geblieben. Nicht zudecken. Erstmal abkühlen lassen. Ich habe aber mir noch ein kleiner dazu gemacht. Vorbereitet und gebe da rein. Sieht sehr gut aus. So, Sonnengelb. So liebe Freunde. Erstmal richtig abkühlen lassen. Und dann den Deckel zudrehen. Ich aufbewahre meine Salben oder Cremes. Wer sich vorbereitet. Alle im Kühlschrank. Oder irgendwo im kühlen Ort. Weil wenn es Sommer ist warm. Und selbstgemachte Cremes oder Salben machen. Können passieren, dass könnte Schimmel oder schlecht werden. Oder werden sie so unangenehm riechen. Deswegen besser die Kühl lackern. So liebe Freunde. Ich hoffe es wird euch mein Video gefallen. Und eine oder die andere mit diesen wunderschönen Blumen. Sich eine schöne Creme machen. So liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben sie gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. J dich Plus Ganzfräger.